Hier ist das einzige Bankdrück-Tutorial mit Kürzhanteln, das du brauchst. Erstens, nehme die Kürzhanteln in die Hand, setze dich auf die Flachbank und lege die Kürzhanteln auf deinem Oberschenkel kurz hinter deinem Knie ab. Zweitens, stoße dich nun leicht mit den Füßen nach hinten ab und lasse dich auf den Rücken fallen. Beim nach hinten fallen streckst du die Arme aus und fängst dadurch die Kürzhanteln über dir ab. Drittens, für eine stabile Drückposition befinden sich die Füße auf dem Boden sowie der Po und der obere Rücken auf der Bank. Erzeuge dafür ein leichtes Hohlkreuz. Viertens, dreh die Kürzhanteln bzw. die Ellenbogen leicht nach innen und bringe die Kürzhanteln kontrolliert ganz nach unten. Fünftens, drücke die Kürzhanteln nach oben und führe sie dabei zusammen. Sechstens, nach Beenden deines Satzes fängst du die Kürzhanteln mit der zuvor gezeigten Umsetztechnik einfach ab. Erreichst du das Muskelversagen, kannst du die Kürzhanteln auch einfach fallen lassen. Und für mehr Gains, folge mir.